Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 2 Ja, der Spielstein wurde gerade nochmal gelandet. Ich war gerade etwas verwirrt, aber gut Wir haben uns jetzt mal nicht so ganz zurecht gefunden Haben einen Drachen gesehen, der uns angriff eine Stadt Also gegen Leute in einer Stadt gekämpft. Was ist denn mit dem hier los? Hallo, was geht mit dir? Ich weiß es nicht. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, was es hier noch so gibt Ich muss auf jeden Fall finde einen Weg in die Hintergasse Das ist auf jeden Fall schon mal ein Wort Mach auf da Suchen wir doch mal einen Hier ist verschlossen garantiert Ich glaube, es war die ganze Zeit wer, aber ich komme nicht durch diese verschlossenen Türen Und warum habe ich immer noch diese hässliche, hässliche Kapuze auf? Das ist mir noch nicht so ganz klar So, kann ich mir eine Karte anzeigen lassen vielleicht? Inventar, Tagebuch, Charakter Karte So, darauf hätte ich vielleicht auch mal vorher kommen können Egal Ähm, ich bin da Kann ich reinzoomen Reinzoomen, reinzoomen, reinzoomen Geht nicht Okay Nochmal auf die Karte, bitte Doch, so So geht reinzoomen So Und jetzt ist die Frage Wie kommt man da lang? Vielleicht von der anderen Seite Ich glaube, das ist auch versperrt Okay, mal gucken Äh, auf jeden Fall will ich mal in den In das Charakter-Menü gucken Haben wir Punkte? Nein, natürlich nicht Ach, Quatsch Wird uns ja angezeigt werden Ähm, vielleicht kommen wir von hier oben Ne, hier ist auch versperrt Wie es aussieht Kann man nicht springen oder irgendwie darüber Wie stecke ich mein Schwert weg? Ne, ich will mein Schwert wegstecken Oh Oh Someone who didn't die This is still a super light I didn't want this I'm so sorry No My chicken friend Oh my god I'm so I'm so sorry Why Why did this happen To my little chicken friend Oh He lives He's okay Oh 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 Hey Little chicken friend Hello Hello Little chicken friend Oh You're so Oh Oh No I killed him again I'm so sorry Ich wollte das nicht Aber er hat mich dazu getrieben Er hat mich dazu gezwungen Ich musste es einfach tun Ich muss mich auch erst mal wieder an die Steuerung gewöhnt vor allen Dingen Hey Buddies Hey, 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 hey Buddies Oh, Kräuter Hallo Was? Fick dich, alter Der König bestimmt, was mit euch geschieht Können wir einer von euch mal den Weg zur Hintergasse sagen? Hallo Der ist Oh Was ist denn hier los? Schlägt der? Ne, wahrscheinlich nicht Hä? Was wurde mir denn gerade angezeigt? Wenn, wo denn? Ich weiß es Ihr seht ihr euch für euren Verrat verantworten Jetzt sind sie unserer Gnade ausgeliehen Verrat? Jetzt sind sie unserer Gnade ausgeliefert Wir haben nur die Tiefen Ich habe nur Befehle Ich wahrscheinlich A-Rad ausweg Hallo Ne Das geht hier nicht Na gut So geht es offensichtlich auch Ah Einen Weg gefunden Ihr Bastard Kommt her Ich werde euch aufschließen Erstmal wieder rein Komm Warte mal Wie war blocken nochmal? Blocken war so Gar kein Problem hier Zum Tempel Wahrscheinlich hier runter Ne Doch Klar Alles andere wäre ja auch Quatsch, ne? So Hallo Und top Wehe den Besiegten Hier ist es verschlossen Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass hier irgendwo ein Schlüssel ist Weil sonst auch nicht Was ist das? Springen Achso Joa Äh Springen wir mal Was soll schon passi- What the fuck is this? Ne, Mund Bitch, bitch Take this, bitch Yeah I'm a god Woah 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 Scheiße, hab ich mich gerade erschrocken Ist doch nicht der Ernst Oh, ich dachte mir so, ja, ich habe getötet Easy Und hier kommt noch einer an Was ist los mit euch? Oh, ich habe neue Sachen gefunden Das Langschwert Oh Alter Schwede Oh, das Inventar habe ich immer noch nicht ganz verstanden Ähm, Schadenbeinblocken 3 Okay, das ist genau das gleiche Ach, so kommen wir runter, okay Ähm, Wasser, Essenz, Handwerk, Zutat, Fisch Ertrunkenen, Hören Pachit Eisenreif Gerümpel, okay Jeder Eisenring Ähm Ich nehme Meditation nochmal Mach mal Da kann ich mir vielleicht was zusammenbrauen Alchemie Tränke einnehmen Ich will Tränke machen So Kann ich denn irgendwelche Tränke machen? Vielleicht Das kann ich nicht Das kann ich nicht Das könnte ich machen Trank Erlaubt in kompletter Dunkelheit durch Wände zu ziehen Nee, danke Erhöht Schwertschaden Das klingt doch nett Erhöht Zeichen Intensität Nö Warte, das Bombe Lehmt und nemalisiert alle Ähm, im Wirkungsradius Nö Ich nehme mal das hier Erhöht Schwertschaden Und da geht da was Wie geht das Achso So ging das nochmal Was? Wie? Hä? Drei So, okay Okay, das kann ich immer noch bauen Okay Dann machen wir das mal Eins, zwei, drei, vier Yay Eins, zwei, drei, vier Und schon sind wir hier So Kann ich das noch öfter herstellen? Zweimal Bop So und das kann ich nicht hier stellen Okay Fertig mit meditieren So Dann gehen wir mal hier lang Irgendwas uns erwartet Nicht verschlossen Steht da einer hinter? Nee Soll grad so aus Moment Hier ist da was Yeah Ne Kräuterzutat Okay Hier lang vielleicht Nee Geht's auch nicht Das ist aber gerade laut Ein bisschen Hier Dieses Durchs Wasser Wartgeräusch Aber das ist ja Kein Problem Da stehe ich ja alle Später noch leiser Jetzt nur grad ein bisschen nervig Nein egal Da will ich noch nicht lang Erstmal umgucken Was hier noch so gibt Das ist wichtig Man will ja auch gut auf alles vorbereitet sein Okay Hier ist nichts Okay Hier ist Wahrscheinlich auch noch nicht Sieht aus wie so eine Wie so ein Gefangenenlager Irgendwie Oh Horrends gefunden Okay Was soll man Das ist Ich hab's Erstmal Fickdisch Komm her Bratsch Äh Bitch Nicht Nicht Batsch Das kann ich nicht Schlitz Ja Er steht garantiert Warum hab ich jetzt Mein anderes Schwert gezogen Moment mal das war attacke ich würde aber gern das andere schwer ziehen langschwert genau das hätte ich lieber das macht mehr schaden es ist kurz wert ich muss erst mal echt wieder reinkommen hier was das war das noch mal das kann ich noch nicht okay hier ist auf jeden fall die zeichen ich nehme art ich glaube das lehnt die gegner aber gar nicht sicher aber das scheint ja auf jeden fall sind zu machen okay das können wir auf jeden fall zu bächen das weiß ich im moment ja bitch take this denn ist noch ein fatzke ja du sack hier take my sword wieder auf jeden fall gut ab ich habe es vielleicht noch nie erwähnt wahrscheinlich schon nie soweit ich weiß aber mein bildschirm ist erstaunlich dunkel ich weiß nicht ob er so eingestellt ist oder nicht auf jeden fall an aber ich sehe meistens relativ wenig moment gibt es noch aber wenn es nicht mehr geht sollte ich dringend was an der einstellung ändern möglicherweise licht an immer jetzt überall licht an sind sehe ich nichts wo das ist ein brett umgefallen ich dachte ich habe jetzt das brett angezündet und das würde jetzt auf mich drauf fallen und mich verbrennen aber das tat es nicht vielleicht ist das ein rätsel und wir müssen alle laternen einschalten wie bei legend of zelda oder so passiert was aber es passiert anscheinend nichts ist hier noch was ne ok um arzt ne durch stahl kommen wir nicht nur durch holz weiter können wir uns eigentlich nicht mit unserem schwert durch das holz schlagen müssen wir dafür unsere zauber nehmen das ist ein bisschen weiß auch nicht magie verschwendung nichts mal ganz 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 fremlich wo sich denn hin wo ist denn der schlüssel also hier sieht es auf jeden fall aus als würde ich hier lang wissen moment was war das aber das war licht an ähm steige den brunnen hinunter und für die passage zum tempelgelände da bin ich bei ähm die frage ist nur wo es lang geht kann ich das hier irgendwie anzünden vielleicht stop es würde nicht gehen aber ich kann es ja mal probieren es geht nicht hier steckt über langsam ein schwert weg ist ja komisch jetzt noch aus man und gar nichts hier hinter ist auch nichts wenn ich mal um so ein bisschen umsehen oberhalb hmm zurück ich hier was übersehen eventuell ist jetzt auch heller geworden kann es sein ich habe das gefühl nein hier habe ich nichts übersehen hier ist auch nichts mehr gewesen nein nicht das kurzschwert das langschwert so aber ich höre doch noch so Viecher oder die riecht jetzt am Rad und dieses scheiß durch wasserlaufgeräusche ist so laut ne das nervt mich grad ein bisschen Musik ist ok ich schaue es manchmal ein bisschen hier was soll denn das so ok so so